Hallöchen, hier sind wir wieder. Schön, dass ihr dabei seid. Tauchen wir gleich ein und gehen alle Farben durch, die ihr zum gemeinschaftlichen Malen mit mir braucht. Ich hab hier ne ganz normale Leinwand. Nass und zu allem bereit. Gut, nehmen wir unser haariges 5 cm Pinselchen in die Hand. Und richtig schön ausschütteln. Alles richtig schön abschütteln. Wir nehmen einen kleinen Tupfer von dem gelben Schnee und das mischen wir mit einem kleinen Tupfer von Betty White. So, und jetzt tanzen wir über einen glücklichen Himmel. Denkt dran, es ist eure Welt und ihr könnt die Regeln machen und brechen. Süßes kleines Jesuskind. Ich wünschte, ich könnte da reinspringen und herumtollen in diesen massenweißen Puders. Ja, High werden durch die Herrlichkeit des Lebens. Gott, ich liebe Kokain. Und wie. Heilige Arschgeige, ich bin zugedröhnt bis in die Lockenspitzen. Okay, mal ich mir noch ein paar kleine glückliche Bäume dazu. Spricht nichts dagegen, sich mit Bäumen anzufreunden. Was ihr nicht machen solltet, ist diese Farben zu essen. Ich spreche aus Erfahrung. Gut, und nochmal abschütteln. Sehr schön. Das tut gut. Sieh eine an. Ich glaub, wir haben ein fertiges Bild. Ein Tipp von unserer Familie an eure. Haltet die Hose trocken und die Träume feucht. Und denkt dran, macht einen Bogen um die Drogen. Und denkt dran, macht einen Bogen um die Drogen. Und denkt dran, macht einen Bogen um die Drogen. Und denkt dran, macht einen Bogen um die Drogen. Und denkt dran, macht einen Bogen um die Drogen. Und denkt dran, macht einen Bogen um die Drogen. Und denkt dran, macht einen Bogen um die Drogen. Und denkt dran, macht einen Bogen. Und denkt dran, macht einen Bogen.